Hey, mein Name ist Valentina und ich studiere Theologie. Ich bin Jonas und studiere Sport und Geschichte auf Lehramt. Und wir wollen euch heute die Friedrich-Schiller-Universität in Jena zeigen. Wir sind hier in der Aula vom Universitäts-Hauptgebäude. Und das ist ein ziemlich cooler Ort, weil man irgendwie so ein bisschen die Tradition und Moderne kombiniert erlebt. Und im Allgemeinen sagen viele, dass es so ein bisschen ist wie Hogwarts hier, dass man sich schnell verläuft aufgrund vieler Treppen und Winkel. Bei meiner ersten Vorlesung war ich extra 20 Minuten früher da und habe mich trotzdem verlaufen, weil es ist hier wirklich wie ein verwinkeltes Etwas. Und man denkt sich, die Türen und Wände verschieben sich und das hat alles gar keinen Sinn. Aber es geht allen so. Von daher ist es kein Problem. Ja, in meinem ersten Semester hatte ich ein paar Zweifel an meinem Studiengang und wusste nicht genau, ob ich es weiter studieren soll. Und hier habe ich eine super professionelle Beratung bekommen und wurde auch sehr gestärkt in meinem Vorhaben und war sehr zufrieden. Wenn ich lernen will und einfach mal ein bisschen mehr Ruhe brauchen und mich konzentrieren, dann gehe ich super gerne in die Bibliothek. Das ist einfach perfekt. Entweder hat man einen Einzelplatz oder sogar sogar einen einzelnen Raum, wo man wirklich in Ruhe sich lernen kann, auf Prüfungen vorbereiten. Ich sage mal, wenn man dann doch mal eine kleine Lernpause braucht, dann geht man in den Rosengarten und da kann man dann schön ein Getränk nehmen und mal kurz entspannen. Ja, wir sind hier in der Innenstadt von Jena am Hauptcampus. Das ist eigentlich der größte Hörsaal. Wenn ich mich so zurückerinnere, so dieses erste Semester mit 800 Leuten im Hörsaal, das war so dieses Klischee von Studium und das war einfach eine tolle Atmosphäre. Genau, das sind Momente, die man eigentlich nie wieder vergisst. Zudem hier in Jena ist halt klasse, dass es direkt im Zentrum ist und wenn man dann zwischen zwei Vorlesungen noch schnell was zu essen braucht, geht man in die Goethe-Galerie. Ein Vorteil ist vor allem auch im Winter, wenn man nicht das Fahrrad nehmen kann, die Straßenbahn fährt direkt auf den Campus. Grüß dich, hallo. Ja, seit dem ersten Semester arbeite ich in einem Café. Wir sind mitten in der Stadt. Man hat dadurch ganz viele neue Menschen kennengelernt, ist auch in ganz anderen Nischen unterwegs, kann super sein, Kleingeld nebenbei verdienen. Ja, wir machen ganz viel zusammen in dem Wohnheim. Wir haben zusammen einen Garten angebaut mit Salat und unterschiedlichen Tomaten. Auch in der Freizeit spielen wir Tischtennis zusammen oder machen Sport zusammen oder singen zusammen. Also auch bei mir im Wohnheim ist einfach cool, immer Leute aus einem anderen Studiengang kennenzulernen und einfach andere Perspektiven auch wahrzunehmen. Und man hat eigentlich immer irgendwen, mit dem man erzählen kann und quatschen. Und gerade in Jena des Preis-Leistungs-Verhältnisses, das kann man nicht toppen. Wenn ich Sport treiben will, dann ist für mich der Paradiespark einfach perfekt. Hier kann man Volleyball spielen, Fahrrad fahren, Skaten oder einfach auch Joggen gehen. Mal grillen zwischen den Uni-Zeiten. Der perfekte Ort, gerade für mich als Sportstudent. Also Affe war jetzt meine erste Assoziation, weil die Stadt auch ein bisschen verrückt ist und man hangelt sich immer von Punkt zu Punkt und ja, der Affe ist süß. Jena ist ja irgendwie eine kleine Stadt und so ein Ameisenvolk, das hat ja nur Erfolg, wenn so ganz viele zusammenarbeiten und dadurch, dass es in Jena so viele Studenten gibt und dadurch wird diese kleine Stadt halt ganz groß. Ja, nach Feierabend kann man entspannt hier draußen sitzen, ein kühles Getränk genießen. Hier ist auch gleich die Kultur-Arena um die Ecke, wo man schöne Musik hören kann und Kino und Theater. Also ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Eindrücke sammeln. Wir finden es hier richtig schön. Und wir freuen uns, euch in Jena zu treffen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!